Hallo, ich bin Luca und ich leite hier im Haus Leo eine Gruppe für schwer erkrankte Jugendliche. Die Idee ist entstanden, da man selber nicht unbedingt immer Lust hat, mit der Familie drüber zu reden oder mit Freunden. Mein Name ist Jans Flacho-Jannis von Kinderhilfe. Gemeinsam mit der Anne-Fürig-Stiftung und Caritas-Verband Berlin haben wir das Projekt Together for Children um ins Leben. Wir wollen Kindern ein würdevolles Leben ermöglichen. Unsere Arbeit ist fast ausschließlich Spendung finanziert und außerhalb von staatlichen Regulatorien. Das heißt, wir brauchen jede Spende. Ich danke euch für eure Spendenwahl. Ich danke euch für's Zuschauen.